Das Phönix-Tagesgespräch heute mit Professor Gabriel Felbermayr. Er ist der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Guten Morgen nach Kiel. Guten Morgen. Herr Felbermayr, Ihr Institut sagt, die Corona-bedingte Talsohle sei erreicht. Nun kommen aber solche Meldungen wie die über die Lufthansa und den Abbau oder möglicherweise bevorstehenden Abbau von Arbeitsplätzen in großem Ausmaße. Wie passt denn das zusammen? Ja, zwei Punkte sind hier wichtig. Erstens, wir haben die Talsohle durchschritten, aber wir sind noch ganz unten im Tal. Das heißt, es fehlt uns ja zum Normalzustand etwa 10 Prozent Wirtschaftsleistung. Für die ganze Volkswirtschaft gesprochen. Und der zweite Punkt, wir haben über die Branchen hinweg große Unterschiede. Die Tourismusbranche, die Logistikbranche und eben auch der Flugverkehr, die sind viel, viel stärker betroffen als andere Branchen in Deutschland, wie zum Beispiel der Einzelhandel. Deswegen ist es eben für die Lufthansa sehr viel dramatischer als für die deutsche Gesamtwirtschaft. Nun sagt ein namhafter Chefanalyst aus den USA namens Neil Wilson, die Theorie einer V-förmigen Konjunkturerholung sei gestorben. Was würde das für uns, was würde das für Deutschland bedeuten? Naja, also zunächst einmal, diese Buchstabensuppe, die wir hier konsumieren sollen, die ist natürlich hochproblematisch. Was heißt das? Das V ist gestorben. Das V wird sehr asymmetrisch sein. Also wir sind stark eingestürzt. Das ist sozusagen der linke Teil des Vs. Und jetzt geht es sehr viel flacher aus der Krise heraus. Aber ein V ist es dann doch, nicht? Also ich glaube, diese Buchstaben, die sollten wir nicht allzu ernst nehmen. Was wichtig ist, ist, dass wir aus dieser Krise heraus länger Probleme haben werden in vielen Branchen, als wir uns das noch im März ausmalen konnten. Da gibt es viele Gründe dazu. Einer ist auch, dass wir sehen, dass Länder wie die USA oder auch Schwellenländer, Brasilien ganz vorne, die, von denen wir im März noch nicht ahnen konnten, wie sehr sie von dem Virus betroffen sind, jetzt eben auch in ernsten Schwierigkeiten stecken. Und das ist für Deutschland, gerade für das exportstarke Deutschland, ein großes Problem. Ja, exportstarkes Deutschland, das ist ein gutes Stichwort, Herr Felbermayer. Da sind wir ja ganz schnell beim Maschinenbau. Das ist ja so eine Stütze dieser Exportorientierung. Was ist denn notwendig, damit der Maschinenbau in Deutschland wieder anspringt? Denn der hat ja auch unglaubliche Einbußen zu verzeichnen. Tja, der Maschinenbau ist gerade der Vorzeigesektor in Deutschland, der besonders hohe Exportanteile hat. Das heißt, die Maschinen werden vor allem im Ausland nachgefragt. Und da kann jetzt ein deutsches Konjunkturpaket wenig tun. Da muss wirklich die Nachfrage im Ausland wieder anziehen. Vor allem in der Eurozone, aber darüber hinaus. Das heißt, wir brauchen dort Konjunkturbelebung. Da passiert jetzt ja auch einiges. Vor allem bei Tagen hat man in Frankreich ein Konjunkturpaket angeschoben. Es gibt in vielen Ländern Steuererleichterungen fürs Investieren. Das sollte dem Maschinenbau helfen. Aber, wie gesagt, aus Deutschland heraus kann man einer so sehr exportabhängigen Branche nur wenig helfen. Es sei denn eben über Maßnahmen auf europäischer Ebene. Kleiner Lichtblick vielleicht. China entwickelt sich ein bisschen besser, als wir das erwartet haben. Deutlich besser als der Rest der Welt. Von da könnte ein Lichtblick auch für den deutschen Maschinenbau kommen. Wenn Sie von Maßnahmen auf europäischer Ebene sprechen, was meinen Sie damit? Damit meine ich die diversen Hilfspakete, die Europa beschlossen hat oder die jetzt diskutiert werden. Zum Beispiel das Programm, das Frau Merkel und Herr Macron andiskutiert haben, die 750 Milliarden Euro. Oder die Pakete, die wir schon jetzt haben, zum Beispiel über die Europäische Investitionsbank, die ja hilft, den Unternehmen Kredite zu geben. Diese Kredite werden verwendet für Investitionen, investiert wird auch in Anlagen. Und diese Anlagen, Maschinen eben, kommen häufig aus Deutschland. Das heißt, wenn diese europäischen Programme greifen und die Investitionsnachfrage in Europa dann steigt, dann hilft das eben auch dem deutschen Maschinenbau. Ja, um Anlagen geht es ja auch bei einem anderen Bereich, nämlich bei dem Bereich Wasserstoff. Da ist ja in dieser Woche die sogenannte Wasserstoffstrategie der Bundesregierung vorgestellt worden. Wie hilfreich kann das denn in dieser konkreten Situation sein, Herr Professor Felbermeyer? Na ja, ich glaube, die Situation ist ja so, dass wir einerseits ein Konjunkturpaket haben, das sehr schnell greifen soll. Die Mehrwertsteuersenkung soll am 1. Juli schon kommen. Die Familienhilfen werden noch im Herbst ausgezahlt. Aber im Vergleich dazu wird die Wasserstoffstrategie mittel- und langfristig helfen. Das ist also keine wirkliche Konjunkturpolitik, sondern eher Strukturpolitik, die damit betrieben werden soll. Insgesamt sind wir ja immer etwas skeptisch, Volkswirte, dass sozusagen das Herauspicken einzelner Technologien und das besondere Fördern dieser einzelnen Technologien auch zu Fehlsteuerungen führen kann. Wir wissen ja nicht, was in Zukunft wirklich greift. In dem Fall bei der Wasserstoffstrategie bin ich dann doch wieder recht positiv, weil wir ja damit sozusagen Unebenheiten in der Förderlandschaft ausgleichen. Wir haben schon sehr viel Geld für die Batterien und für die Batteriezellenfertigung. Jetzt kommt eben auch diese zweite Zukunftstechnologie dazu. Der Wasserstoff, das gleicht die Dinge aus. Insofern wird die Technologieneutralität der deutschen Förderlandschaft etwas besser. Und daher glaube ich, dass das ein guter Anreiz ist. Aber wie gesagt, das hilft mittel- und langfristig, aber nicht in der jetzigen konjunkturellen Krise. Wir haben ja in diesen Corona-Tagen gelernt, dass wir in Sachen Digitalisierung, was zum Beispiel die Schulen angeht, einen riesigen Nachholbedarf haben. Wie sieht es denn mit der Innovationskraft der deutschen Wirtschaft an sich aus? Ist das ein Potenzial, auf das wir setzen können in dieser schwierigen Lage? Ja, ich denke schon. Die deutsche Industrie gehört zur investitions- und innovationsstärksten Industrie der Welt. Das sieht man auch an den Ausgaben der Industrie für Forschung und Entwicklung. Natürlich ist es so, dass wir in andere Dinge investieren in Deutschland als zum Beispiel in den USA. Wir machen nicht zu viel Digitaldienstleistungen oder Produkte, die die Konsumenten verwenden, sondern die Digitalisierung ist eher im B2B, also im Business-to-Business-Bereich zu sehen in Deutschland. Digitalisierung von Fabriken, von Lieferketten, des Logistiksystems, das sieht man nicht so. Aber da passiert in Deutschland doch auch einiges. Noch nicht genug, das kann man sagen, unter die Defizite, die Sie angesprochen haben, vor allem im schulischen Bereich, aber auch in der öffentlichen Verwaltung, die sind jetzt natürlich in der Krise doch deutlicher vorgetreten. Auch da ist ja in dem Zukunftsprogramm der Bundesregierung etwas enthalten. Wichtig ist, dass wir hier jetzt nicht nur Schlagzeilen produzieren und Überschriften in Regierungserklärungen, sondern auch tatsächlich Fortschritte erzielen und gerade im öffentlichen Bereich E-Government die Dinge weiterentwickeln. Da hinkt Deutschland doch schon doch noch deutlich hinten her. Professor Felbermayr, vielen Dank für diese interessanten Analysen und einen schönen Tag noch nach Kiel. Sehr gerne, alles Gute.